Dieses Hörbuch beinhaltet die deutsche Übersetzung eines klassischen Buches von James Allen. Originaltitel The Path of Prosperity, übersetzt Der Weg zum Wohlstand. Herausgeber dieses Hörbuches ist der Audana Verlag. Kapitel 2 Die Welt als Spiegelung geistiger Zustände So wie sie denken, ist auch ihre Welt. Sie erleben alles als innere Erfahrung. Was sich im Außen abspielt, ist nur von untergeordneter Bedeutung. Denn letztendlich ist es nur ein Spiegelbild ihres eigenen Bewusstseinszustandes. Was jedoch in ihrem Inneren vor sich geht, ist von allergrößter Wichtigkeit, da alles Äußere in ihnen selbst gespiegelt und entsprechend eingefärbt wird. Alles, was sie wissen, ist Teil ihrer eigenen Erfahrung. Alles, was sie jemals wissen werden, muss das Tor der Erfahrung passieren. Nur so kann es ein Teil von ihnen werden. Ihre eigenen Gedanken, ihre Wünsche und Sehnsüchte bilden eine ureigene Welt. Für sie ist alles, was es im Universum des Schönen, der Freude und Glückseligkeit oder aber im Universum des Hässlichen, Sorgenvollen und Schmerzlichen gibt, in ihnen selbst enthalten. Ob sie ihr Leben, ihre Welt, ihr Universum gestalten oder verunstalten, ist auf ihre eigenen Gedanken zurückzuführen. In dem Maße, in dem sie sich durch die Macht der Gedanken etwas aufbauen, werden sich auch ihre äußeren Lebensumstände entsprechend verändern. Was sie in den innersten Kammern ihres Herzens beherbergen, wird früher oder später aufgrund des unausweichlichen Gesetzes der Reaktion im äußeren Leben Gestalt annehmen wollen. Die unreine, verkommene und eigennützige Seele driftet mit zielsicherer Präzision auf Unglück und Verhängnis zu, während sich die reine, selbstlose und edle Seele mit derselben Präzision auf Glück und Wohlstand zubewegt. Jede Seele zieht das ihr Gemäße an und kann etwas anderes gar nicht auf sich lenken. Dies zu erkennen, heißt die Allgemeingültigkeit des göttlichen Gesetzes zu verstehen. Was der Mensch erlebt, was sein Leben konstruktiv gestaltet oder verunstaltet, zieht er aufgrund der Qualität und Macht seines eigenen inneren Gedankengutes an. Jede Seele ist eine komplexe Kombination aus angesammelten Erfahrungen und Gedanken und der Körper ist nur ein behelfsmäßiges Instrument für ihre Verwirklichung. Deshalb sind ihre Gedanken ihr wahres Ich und diese umgebende Welt, sowohl die Beseelte wie auch die Unbeseelte, gibt sich so, wie sie von ihren Gedanken gekleidet wird. Was wir sind, ist das Ergebnis unserer Gedanken. Alles entstammt unserem Denken. Aus diesem Ausspruch Buddhas ergibt sich, dass ein Mensch dann glücklich ist, wenn er glückliche Gedanken hegt. Wenn er unglückliche Gedanken hegt, wird er sich unglücklich fühlen. Dasselbe gilt für Ängstlichkeit und Mut, Narheit und Klugheit, Kummer und Gelassenheit. Immer befindet sich der Grund für den äußeren Zustand im Inneren, niemals im Außen.